Ich habe dadurch echt keinen Schimmer mehr gehabt. Und warum ist mein Game so weiter? Oh, das kann sein, dass Spotify gerade ein bisschen sehr leise ist. Oh, kriegt der den? Ja, habe ich da gerade. Sorry. Alles gut, alles gut. Oh. Uh, direkt Kompf. Was willst du sonst noch erwarten? True. Was sagen? Lesbo hier, der All Time Tryhard. Ja. Ui. Entschuldigung. Demo? Hast du bei den ComGames, da kriegt ihr halt immer ab? Ja, warum weiß ich jetzt bin ich der Leichtragende bei dir? Na gut, eine Zeit lang war ich auch komplett die allererste. Oh ja, das stimmt. Und Spiel zu Spiel umso schlimmer wird's. Oh. Ja gut. Oh. 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 Ist doch noch in den Stand Up noch geworden. Schade. Oh okay, ja. Noch low. Ich glaube, bin ab. Oh, hat der mich weggerammt. Ich bin selber auf Zeit zu spielen. Bang. So geht nicht. Schade. Nee, bei mir ging er an dem Tag auch nicht. Ja, okay, gut. Also. Das hab ich auch schon in den ComGames gemerkt. Das hab ich auch schon in den ComGames gemerkt. Aber. Also nicht so viel. Ja, gut. Dafür lief Stoin in Apex, insane. Ein Wind geholt, fast zwei Ranks hoch. Ja, gut. Das kann natürlich auch. Und das zweimal hintereinander. Dementsprechend, da gab's da auch wieder so einen Resettler. Ja. Und. Also. Bin ich wieder auf Bronze. Unter. Von. Kurz vor Gold mal wieder. Ähm. Ist doch immer so. Die Season hat aber doch. Ist doch nicht mal zu Ende. Ja, okay. Ähm. So ein Soft Reset einfach. Ja, okay. Gut, das geht ja. Boah, schön. Dementsprechend bin ich vom Bronze 4 jetzt wieder auf Bronze 2 runter. Naja, gut. Es war bei mir ziemlich durchwachsen, die Ranked Matches heute. Ja. 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 Also in meinem Team, in meinem Support. Ja. Ja. Wenn die Platin und Dia waren, bin ich Pratt. It's no joke. Und no front. Aber... Wir hatten halt null Aim, rein gar nichts. Ja. Und dann komm ich mit einer A99 auf Distanz. Ja, dafür hat die Batch bekommen über 300 Meter oder 300 Meter. Oh Mann! Mit einer R99. Alter. Und hat den da vorne auch Laser mit 80 gedrückt. Alter, ja come on. Also, deshalb sag ich ja, wenn die Platin und Dia waren, war ich Pratt. Ja, auf jeden Fall. Und der eine davon hat mich direkt ge-edit. Das ist halt irgendwo Fallen nicht, wenn du besser den Plat- bzw. Dia-Stiller bist, ey. Das war aber auch pure Slug, bin ich ehrlich. Die Runde war echt lucky. Ja, gut. Dann, der eine hatte auch keinen Bock mehr. Letztes Team, ne? Ja. Ja. Und was könnte ich mir erstmal? Ein Wall Bounce. Und dann kam die PK ins Gesicht. Ahaha. Und der ist zweimal im 90er-Hit. Ja, okay. Nach dem Wall Bounce direkt. Ja, okay. Also, die Loba hatte dann auch keinen Bock mehr, gleich wie gut's ist. Schade. Siehst du ganz? Äh, ja. Du kriegst irgendwie so. Ja. Jetzt weißt du, wie manchmal bei mir die Runden noch sind. Ja, das stimmt. Lol. Wie auch immer das funktioniert. Lol. 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 Ähm, Waddis, ich will euch nicht, Dämon. Was sagst du so? Schön. Schön oder was? Wollte ich ja wirklich nicht. Ja, ich seh hier schon den Grind auf... Ähm... 3? GC bei Vespo. Mhm. Mach's nicht noch schwerer. Ja. Aber bloß schon anstrengend hatte ich. Ja. Ich wurde letztens auch von Smurf gefragt, was ich schon ranked bin. Ja, da. Ja. Wobei ich ja sage... Oh Mann. Wobei ich ja sagen muss, so ein bisschen mithalten kann ich halt schon hier. Aua. Und du triffst die Gelle besser wie ich der gerade. Ja. Ich glaube, dass du halt so lange auf C1-Sticker gespielt hast. Ja. 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 Ja.